Radio Tausnitz und 9 nach 7 am beliebtesten Tag der Woche. Ich sag nur, hoch die Hände, hoch die Hände! Ja, und an diesem Wochenende erobert Niederbayern das Fernsehen. Maxi Hofmann aus Weigendorf im Landgast in Golfing Landau ist übermorgen zu Gast bei der Castingshow The Voice of Germany. Guten Morgen Maxi, du bist ja gelernter Elektroniker, jetzt bei The Voice. Wir fragen uns alle, wie kommt's? Ich wollte mich eigentlich 2019 anmelden, bzw. hat eine Freundin gemeint oder auch eine Familie, er macht halt immer mit. Und ich hab mir gedacht, ja aktuell schwierig, zwecks Hausbau und so weiter. Ja, und dieses Jahr war's eigentlich, ja Corona, da kannst du sowieso auf keine Bühne und so. Dann bewirbst du dich ja da einfach mal. Gehst ja nicht davon aus, dass du dann wirklich da eingeladen wirst. Ist aber passiert. Glückwunsch dazu schon mal. In der Juryübermorgen sitzen ja Promis wie Sarah Connor, Johannes Oerdy, Nico Santos und Mark Forster. Die musst du überzeugen. Darfst du uns jetzt schon verraten, hier ganz exklusiv bei Radio Tausnitz, welchen Song du performen wirst? Verraten, was es ist.